Wir bieten innerhalb der ästhetischen Medizin das gesamte Spektrum der nicht-operativen Faltenbehandlung an. Mimische Falten, wie zum Beispiel Lachfalten, werden idealerweise durch Injektionen von Botox behandelt. Bei den schwer kraftbedingten Falten, wie zum Beispiel der Nasolabialfalte, erfolgt eine Unterspritzung mit Hyaluronsäure. Um das Hautbild zu verbessern und den Kollagenaufbau zu fördern, wird eine spezielle Ultraschallanwendung der Haut durchgeführt. Es gibt eine große Anzahl von verschiedenen Präparaten und Produkten. Wir legen besonderen Wert auf Qualität, auf ein natürliches Ergebnis und auf Ihre Zufriedenheit.